So, hi Leute, wir sind Rebecca, Dien, von Hegauwein. Ja, wir sind heute hier am schönen Schluchsee, im schönen Schwarzwald. Es liegt noch leicht Schnee hoch in den Spitzen. Und ja, wir wollen euch einfach mal mitnehmen auf unsere Tour und unsere Erfahrungen mit euch teilen. Alles weitere folgt später. Vielen Dank. 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 Ja, wie ihr sehen könnt, heute ist es noch ziemlich matschig. Wir haben Sonntag, den 28. März, 11.30 Uhr oben und ca. 6 Grad Außentemperatur. Aber da hier noch teilweise Schnee liegt, ist noch vieles im Matsch. Also daher gutes Schuhwerk beachten. Auch mit dir, wie ihr sehen könnt, heute ist noch einmal. Also, es geht euch. Aber da sind die Schuhwerk beachten. Und da ist noch einmal. Und da sind die Schuhwerk beachten. Und da ist noch einmal. Ja, wie ihr sehen könnt. Und da sind die Schuhwerk beachten. Bis zum nächsten Mal. 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 Gutes Schuhwerk und Trittsicherheit gefragt. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.